So, hallo und herzlich willkommen zurück. Geh sofort weiter hier. Ich kann nicht mal diesen endlich, äh, äh, voll versprochen gerade. Ich kann nicht mal diesen letzten Stein hier noch finden. Nämlich keine Lust mehr hier so lange rumzusuchen. Jetzt endlich mal was Spannendes erleben. Das ist mehr Epic, das ist mehr Action. So, zum Beispiel wie das Ende bei Darkseid 1. Das war ja wirklich das Epischste, was ich jetzt gesehen habe. Und auch im Zwischen drin wurde es nicht cool. Was mir hier so noch so ein bisschen fehlt. Wie, das war der letzte Stein. Achso, da, sei ja schon. Ich mach erst mal alles kaputt. Ahm. 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 Erst mal so ein bisschen kaputt. Glaube ich. Okay. Okay. Ja, es macht alles kaputt. Oh, hier noch einmal geht. Boom. Oh, das ist noch nicht. Lange, ich schieße da oben weg. Ich bringe den Weg. Und da kommen wir jetzt. Achso. Hier einfach reinstellen. So, und wo jetzt? Und nirgends. Nein. Bleib hier. Ja. 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 Ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen hektisch machen. Komplett vergessen, dass ich heute noch was vorhatte. Und, äh, ja. Ja, da fang ich mal an zu zocken. Aber naja. Na. Gut. Schafft. Na gut, das war's schon. Naja. Passt mir ja gerade ganz gut in den Kram. Irgendwas stimmt hier nicht. Na gut. 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 Na gut... Flot. Na gut. Na gut. Wow, wow, wowwärts Und noch mal am Mist, gar nicht Mann Mann Autsch Mann Na los, meine Kugel. Auf, jemand, die Brülle. Oh, das hat gerade geknappt. Na los, na los. Gibi, gibi, gibi. Oh, Gott. Ai, 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 ai. So. Gut. Geschafft. Nimm mit, nimm mit. Gut. Dann schnell zurück in den einen Raum da. Hau grad auf die Uhr. Wie gesagt, muss ich grad ein bisschen sputen. Ah, kommt sich der jetzt grad da weg. Gut. Geht mal acht Minuten. Das kann ich auch nicht machen. Gut. Dann geh mal ran hier an den Stein. Aber ich glaub, ich kann mir vorstellen, was jetzt in der Leitung passiert. Kommt, gib ihm. Mann, jetzt pack den scheiß Stein da ran. Geht doch. Du musst den Stein im Wächterplatz ziehen. Wir haben sein Werk gesehen, Alter. Was verdammt uns jetzt? Die zwei Herzsteine waren rein. Ich schätze, ihre Ausstrahlung wird den dritten reinigen. Wie leicht. Hoffe ich auch. Es ist riskanter, nichts zu tun. Ja. So, dann hoffen wir mal. Das verdirbten, ist verdunstet wie Regen auf heißer Glut. Du hattest recht. Ich hatte Fenster. Ho Abby. Ach renne. Danke. Oh be empresse έναer Wchem. Ach, die Scheiße. Gießerei ist geschafft. Verräugelt den Wächter. Äh, gut. Ich weiß gerade gar nicht, wo es lang geht. War hier lang, oder? Ne, gar nicht lang. Äh, weiß nicht, wo es lang geht. Da lang. Ne, da auch nicht lang. Oder? Ah, Kumpel, wo geht es denn jetzt lang? Ich will mich jetzt nicht verlaufen. Hier ging es auch nicht lang. Das ist Quatsch. Kumpel. Wo müssen denn jetzt lang? Mann. Sag mal bitte, wo wir jetzt lang müssen. Ich will mich jetzt nicht verlaufen. Gut. Dann zeigt der Rabel, wenn doch, wir müssen da lang. Diese Musik. Ich will mich jetzt laufen. Nein. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht. 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 Wenn ich die Karten einfach nicht verlemmen kann. Ich weiß nicht. Wir müssen das verletzieren. Mann, ich fäng dich schon mal überlaufen. Ist jetzt klar, dann. Oh, da geht's nicht lang, weil ja, äh, Tür. Jetzt hängt der Scheiß-Grabel da. So, dann, da spiel ich nicht lang. Ähm, na gut. Ich will jetzt glatt mal sagen, ich höre jetzt hier mal auf. Weil ich jetzt auf. Und dann auch auf privates Machen habe. Ob ich sie jetzt bei elf bin oder so, weil ich jetzt, so wie ich das sehe. Warte mal, ich kriege noch mal gut zu. Was haben wir getan? Wir müssen uns aufteilen. Du suchst den Wächter und ich die anderen. Geh ohne mich weiter, Reiter. Ich glaube, was ich jetzt noch mal probiere, ist jetzt einfach mal... ...Weltkarte aufzumachen. Und, ja, da müssen wir jetzt hin. So kurz festen können. Ne, das ist schnelle Reise. Das ist eine Hauptaufgabe. Und, ja, da muss ich den einfach nur suchen. Ich gehe jetzt einfach mal zur Schmiede. Der Reise wäre jetzt endlich vergründet. Aber ich weiß jetzt genau, wie ich rauskomme. Ah ja, nee, noch nicht. Oh, komm ich jetzt hier raus. Wo kam ich denn? Ich weiß es auch nicht mehr, wo ich hier kam. Ach so, der einzige Weg ist ja hier. Ja. Ich komme jetzt hier noch mal ein bisschen lang. Ich ziehe auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass ich hier etwas falsch übergelassen habe. Ich gehe für mich auch wieder raus. Da müsste ich neben mir gespürchen. Äh, gut, okay. Dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Jetzt diesmal eine ganz kurze Folge. Muss ja auch mal sein. Weil, wie gesagt, ja. Und so. Naja, muss ich euch nicht lange und breit erklären. Deswegen ist halt diesmal eine kürzere Folge. Und ja, macht's glückliche Freunde und tschüss.